Moin moin leute hier ist euer lebrox und herzlich willkommen zu einem weiteren commentary hier auf meinem kanal im hintergrund seht ihr ein schniekes oldschool gameplay und zwar ist es mw2 und meine abschussserien waren hier auf der 7 der harrier auf der 11 der chopper kann er und auf der 25 die t-t-t-t-tactical nuke incoming ja hab sie endlich mal erreicht hab jetzt schon öfters drauf gespielt und ja hab mich dann am ende als ich sie erreicht hat gefreut wie ein schneekönig werdet ihr am ende vom video aber auch sehen ich bin dann mit mwinsie ordentlich abgegangen und erspielt ist das gameplay mit der ump mit schalldämpfer eine etwas nubigere waffe aber ich denke für ein nuke gameplay passt das so meine perks waren glaube ich plünderer pro ninja pro und feuerkraft pro ja müsste passen ihr seht am anfang bin ich ja öfters gestorben ja ist ein herrschaftsspiel da hat man lang genug zeit um diese nuke eben zu erreichen ja ich hab ein paar themen mitgebracht und das erste thema wäre einmal die weihnachtswünsche und zwar haben wir jetzt heute den 12.12. und in 12 tagen schon bis endlich der 24. das heißt heiligabend und dazu auch weihnachten ne weihnachten endlich und ich hab mir eben einen neuen pc gewünscht wie ihr bestimmt schon ein paar mal jetzt gehört habt in anderen commentaries und ja da freue ich mich schon richtig drauf ich glaube ich zähle jetzt schon seit einem monat die tage runter bis endlich der 24. ist jetzt sind sie noch zwölf tage ich freue mich so ich werde euch mal unten in die in die beschreibung werde ich euch mal mein ganzes equipment also das seht ihr ja sowieso schon mein equipment und eben die hardware vom neuen pc zeigen und die seite auch also ich finde ich auch relativ gut wo ich dieses wo ich das eben bestell der ist dann schon zusammen gebaut und alles da muss nur noch eine cd reinlegen und das betriebssystem halt quasi drauf installieren und sonst ist er schon fertig zusammengebaut eigentlich echt cool die seite könnt ihr euch ja mal rein ziehen ähm ja und da würde ich von euch gerne wissen was ihr euch denn so zu weihnachten wünscht oder gewünscht habt oder was ihr euch gerne wünschen würdet aber ihr bekommt es nicht ähm genau schreibt es mal unten in die kommentare ähm ja mein weiteres thema wären die neuen cd ghost skins ja da gibt es jetzt schon neue skins obwohl das spiel gerade mal einen monat oder so draußen ist okay vielleicht ein bisschen länger oder kürzer das weiß ich jetzt nicht genau ähm und zwar gibt es da einmal für den hund also den riley ist ja eine abschussserie gibt es ein wolf skin das heißt dieser hund sieht dann aus wie ein wolf da werde ich euch das video dazu ähm rechts unten in die kommentare oder als 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 notiz oder so werde ich das irgendwo hin machen und noch ein bild wahrscheinlich wie der hund denn er wie dieser nicht der hund eben der wolf eben aussieht ähm ja ich finde der sieht ganz cool aus das kostet ich glaube zwei dollar das heißt 1 euro 50 ungefähr ja ist die frage ob das nötig ist ich finde sie sollten erstmal das spiel zu ende bringen oder eben patchen weil gerade auf dem pc ist es ja eher unspielbar auch mit guten computer und guter hardware in allem lag das halt trotzdem noch und das finde ich schon irgendwie ein bisschen ärgerlich ich habe gehört auf der ps3 gibt es auch so ein paar lags und noch fails und ja finde ich irgendwie bitter gerade für call of duty und infinity ward und das müssten sie erstmal zu ende bringen und patchen oder weiteres eben ähm ja es kommt noch weitere skins und zwar der weihnachts skin das werde ich auch mal im bild euch zeigen ähm ja für die waffen eben da sieht die die sind dann so grün mit so schneeflocken drauf ähm ja aber seht ihr jetzt sowieso ja ich meine es ist wieder dasselbe ich finde es sollten erst mal das spiel zu ende machen aber der ist kostenlos ich meine das ist dann nicht schlecht äh ich denke wenn ich es nochmal spielen werde mit meinem alten pc dann werde ich das wahrscheinlich auch nochmal drauf packen ja und es gibt auch ein neues dlc das wurde angekündigt ähm ich habe allerdings noch keinen namen dafür gefunden ja ist jetzt auch nicht so wichtig ähm bei black ops 2 habe ich mir fast alle dlcs geholt aber eben auch nur um den zombie modus also die neuen maps davon zu spielen und ich denke in ghost wird es nicht so lohnen da es ja auch so ist zum beispiel in mv2 habe ich mir auch die beiden mappacks geholt und jetzt wo das spiel jetzt etwas älter ist war schon relativ alt ähm finde ich eigentlich fast keinen also keinen server mehr ähm da muss ich dann immer mit dem winz zusammen spielen damit wir herrschaft finden ja deswegen werde ich es mir wahrscheinlich auch nicht holen ähm das nächste thema ist welche spiele ich mir holen werde und zwar sind jetzt so ein paar spiele schon angekündigt werden auf sei es auf der gamescom oder irgendwo anders eben ja mein absoluter favorit ist der titanfall ähm ja das kommt am 11 märz 2014 glaube ich kommt das raus und ist auch wieder von infinity ward gemacht worden und von respawn entertainment ja werden wir mal sehen wie das funktioniert ne infinity ward ist ja nicht gerade so für ihre gute arbeit bekannt ähm ja ich hoffe das wird ganz geil also was ich so gesehen habe auf der gamescom und so man kann ich glaube man hat hinten hat man so ein jetpack drauf und dann kann man gegen wände laufen und so und auch wände laufen also man hat ein komplett anderes movement und ja das finde ich schon geil also ich denke das spiel werde ich mir kaufen und ja ich werde euch dann so ein bisschen wenn ich es dann habe werde ich euch zeigen hier wie es ist und so und ja könnt ihr euch schon drauf freuen ähm das nächste spiel was ich mir was ich gefunden habe was bald released wird ist watchdogs das habe ich auf der gamescom gesehen hat eine echt hammer mega geile grafik und ja ich denke auf pc jetzt da nochmal eine geilere grafik ähm ja da freue ich mich auch schon drauf da weiß ich das release datum weiß ich noch gar nicht ähm ja werde ich vielleicht wenn ich es finde nochmal in die kommentare wenn ich in die kommentare sondern in die beschreibung schreiben aber ich denke das dauert noch hier seht ihr habe ich mein siebender also mein harrier erreicht und jetzt geht es dann los zur nuke ja das dritte spiel was ich mir so rausgesucht habe war noch elder squads online ähm dazu kann ich euch sagen dass es nicht ein einmaliger kauf ist sondern dass man dieses spiel quasi abonnieren wird muss es quasi wie bei world of warcraft muss man glaube ich auch im monat immer einen bestimmten betrag zahlen wobei ich das nicht genau weiß also da könnt ihr mich gerne korrigieren ähm aber ich denke das ist so und bei elder squads ist es auch sicher so dass man eben zahlen muss im monat ich weiß noch nicht wie viel das sein wird aber ich denke schon dass es so mindestens 5 euro sein wird und ja ich denke das spiel werde ich mir nicht holen da ich auf ein abonnement wirklich keine lust habe weil immer im monat dann so viel geld zu zahlen das ist schon krass finde ich ähm aber an sich so die idee vor allem dass da halt alle auf einer map sind und wenn die grafe wirklich genauso ist wie im single player also dann hut ab ne also dann wird es echt ein geiles spiel ist ja auch schon länger angekündigt also ich denke das schaffen die leute von elder squads ähm ja was gibt es denn noch zu sagen ja genau ich wollte noch erzählen wie ich denn mit call of duty angefangen habe naja im hintergrund seht ihr jetzt gerade hier meinen chopper gunner mit dem ich gerade ordentlich abgehe ähm und zwar war das so dass ich ähm ich glaube mit als ich elf jahre alt war habe ich glaube ich das allererste mal bin ich da immer in kontakt gekommen mit spielen generell oder mit eu-shootern glaube ich glaube das war das war COD4 die gecrackte version damit haben die meisten leute in meinem alter angefangen was ich so gehört habe ähm und zwar habe ich da eben diesen single player den habe ich dann durchgespielt also der multiplayer der ging gar nicht weil das eben die gecrackte version war aber den single player den habe ich glaube ich mindestens 20 mal durchgespielt und 8 mal davon habe ich bestimmt auf veteranen durchgespielt also in dem single player player war ich voller pro ne daher habe ich wahrscheinlich auch meinen hammer aim und ja jetzt seht ihr sie gerade merkt noch genau ein kill hat mir noch gefehlt bis ich die nuke erreiche und jetzt spiele ich hier glaube ich erst habe ich mir gedacht ich spiele ein bisschen defensiver dann habe ich mir gedacht ach komm scheiß drauf gehst halt raus aus der deckung und ja werdet ihr gleich sehen bringt mir natürlich relativ viel und jetzt hier ja den juck hat mich richtig gefreut und ja jetzt muss ich schnell hin und machen weil sonst ist das video gleich vorbei ähm wo war ich gerade wo war ich gerade ja genau dann habe ich mit 11 angefangen und dann ungefähr vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren habe ich mir dann MW2 geholt und ja habe das dann endlich mal online gespielt und MW3 habe ich ausgelassen Black Ops 2 habe ich mir dann wieder geholt und ja schreibt mal in die Kommentare wie das bei euch so war wie ihr damit angefangen habt mit COD und ja ciao chau es ist geil ja endlich ein starkes 13 zu 12. Scheißgurbel.